Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man einen Windows 10 Bootstick erstellen und somit auch fachgerecht installieren kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal benötigen wir einen mindestens 8 GB großen leeren USB-Stick, den wir anschließend auch an unserem PC bzw. Laptop anschließen, auf dem natürlich schon Windows 10 installiert ist. Danach einmal auf den Link unterhalb des Videos in der Videobeschreibung Win10 Tool draufklicken, dann kommen wir nämlich auch schon auf die offizielle Microsoft Seite, wo wir uns jetzt ein spezielles Tool zum späteren Installieren von Windows 10 downloaden können und hierfür müssen wir jetzt mal hier unten auf dem Button Tool jetzt herunterladen draufklicken. Jetzt das Programm durch einen einfachen Doppelklick starten, dann werden wir auch nach einer Berechtigung gefragt, wo ich einfach mal auf Ja draufklicke und die Vorbereitung startet auch schon automatisch. Nach einer guten Minute kommen wir auch schon zu den Lizenzbedingungen, die wir einfach akzeptieren müssen. Deswegen klicke ich mal hier unten drauf und die Vorbereitung geht auch schon weiter. Nun haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten zum Auswählen und wir entscheiden uns für die Installationsmedien wie zum Beispiel den USB-Speicher-Stick. Danach das Ganze natürlich wieder mit weiter bestätigen und uns werden jetzt auch schon die verschiedenen Einstellungen von unserem Windows 10 Betriebssystem angezeigt, die wir aber in unserem Fall einfach mal beibehalten und das Ganze natürlich wieder mit weiter bestätigen. Wir werden nur nach dem zu verwendenden Medium gefragt. Wir bleiben bei unserem USB-Speicher-Stick, weswegen ich auf Weiter klicke und jetzt sollte er normalerweise auch schon von alleine angezeigt werden. Bei mir ist es dieser hier, den können wir auf jeden Fall lassen, weswegen ich wieder auf Weiter weitergehe und dann startet die Installation nämlich auch schon von alleine, was je nach Übertragungsrate jetzt circa bis zu 15 Minuten dauern sollte. Nach gut 12 Minuten ist mein Speicher-Stick auch schon bereit und ich muss hier unten rechts mal noch auf Fertigstellen draufklicken, dann kann es noch einmal kurz dauern und anschließend schauen wir mal bei unserem USB-Laufwerk hinein und können auch schon sehen, dass wir somit auch schon einen bootfähigen USB-Stick mit Windows 10 richtig erstellt haben. Falls du dir übrigens einen neuen, hochleistungsfähigen USB-Stick, egal in welcher Größe, zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt auf Amazon zu den entsprechenden Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.